Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ähm, ja, Antonio und ich haben eine neue Challenge, nämlich, wir halten gleich unseren Controller verkehrt herum. Und damit probieren wir heute einen ewigen Stick zu holen. Ja, ich glaube, wir werden laufen. Mike? Ich, also, erst wenn wir aus dem Battle Bus springen, dann beginnt die Challenge. Und ich bin jetzt schon verwirrt, wie ich lenken soll. Glaubst du, ich nicht? Bruder, ich muss jetzt meine Paddles abmachen, weil die sind eine Behinderung. Weil ich muss diese Paddles hier drücken und die Paddles sind halt so anders. Ich spiel mich jetzt schon mal ein auf, äh, so. Bruder, ich muss genau verkehrt herumdenken, ist das unangenehm. Ähm, Leute, so, nach oben. Das kann nicht werden. So. Nein, weiter, Knuck. Mach weiter, Knuck. Ist ja, bist du auch ein bisschen verwirrt? Wie schlag ich damit in der Pickaxe? Antonio, ich glaube, wir sollen keinen epischen Sieg damit tun. Also, ich hab... Ich glaube, ich wäre ein 99er Platz. Na, oh Gott. Antonio, ach Gott. Lass mal dann, wo wollen wir landen? Bruder, ich bin verwirrt. Äh. Da, scheiße, ich bin geschlungen. Ich hab mich nur mal bedanken. Äh. Wie bedankt man sich? Ein Busfahrer? Ja. Der war rechts so, weißt du? Ich glaube, wir könnten das einigermaßen gut hinziehen. Was, wie hier grad? Bruder, ich krieg die Steuerung grad gar nicht hin. Hörst du dich? Gut, ich schaffe es grad ein bisschen zu landen. Ich hab meine Schiff. Bruder, man könnte mich grade pickaxen, ob man wird gewinnen. Nein. Du glaubst du, den kann ich nicht benutzen. Oh. Leute. Das ist leicht unangenehm. So. Ich laufe. Ich laufe, Antonio. Ich laufe. Mein Ziel ist es, zu dem Chef zu kommen. Dreh dich um. Nein. So. Jetzt so. Hallo. Nein. Verpflichtung. Ja, bei mir auch. Wo bist du, Antonio? Ich falle hier gleich vom Berg. Ich bin zum Glück bei Grimgate gelandet. Und hier ist nicht mal jemand. Und ich bin vom Berg gefallen. Bei mir sind zwei. Scheiße, bei mir ist jemand. Antonio, kann sein, dass du mich gleich wiederholen musst. Bruder, ich hab' das Wort. Bruder, ich hab' das Wort. Ja, es ist nicht gut. Antonio, ich schaff' das! Nicht! Ah! Ich hab' das! Ich hab' das. Ich hab' das! So lange machen wir es beim epischen Zeitpunkt. Aber, Antonio, wollen wir nicht immer so machen. Einer spielt normal. Okay. Woll ich ja normal spielen, weil... Ja, bei mir sieht man das nur. Bei dir würde es dann halt nicht interessant so. Leute, ich hätte ihn fast noch gepickt. Ich glaube, er hätte nur noch... Ich habe gerade umgelogen... Warte, ich muss jetzt nachschauen. Fortscher Knopf. Ich habe gerade umgelogen, drei Minuten zu probieren, eine Kiste zu öffnen. Leute! Jetzt weißt du, wie es Mike geht. Boah, also dafür, dass Mike so spielt... Der Tücher hat mich gepickt, der kann nicht mal springen, Junge. Der kommt nicht mal den Berg hoch. Ja, es ist wirklich... Und nächste Runde, lass uns mal andersrum machen, dass du so komisch bist. Ich muss nur zwicken. Leute, keine Werbung, aber... Erb ist schon echt gut. Hm. Antonio war bei mir, hat das erst nicht verstanden, wie man das benutzt. Dann hat er verstanden und hat sich gefühlt selbst gekauft. Er fand das Ultra cool für sie, wie ich es gehört habe. Ja. Leute, so langsam komme ich mit der Steuerung schon klar. Ähm, sicher? Ja. Ja, ich habe jetzt schon eine Waffe ausgesammelt. Ich habe sie auch in der Hand. Und ich schieße damit gerade. Habe ich eben auch geschafft, oder? Ich habe es nicht mal geschafft, die Kiste zu öffnen. Bruder, ich wollte zur Kiste laufen, ich bin den Berg runtergelaufen. Ja, lass mal machen. Antonio, dein Controller ist gerade verkehrt herum bei mir. Das ist unangenehm. Ja, werde ich das machen, dass ich das so komisch bin. Ja, so. Wow, ich spiele gerade irgendwie ein bisschen normaler. Aber ich spiele immer noch verkehrt herum mit deinem Controller. Das merkt ihr auch, weil ich immer noch so sch... Nein, nein. Antonio, ich muss weiter öffnen. Antonio, wo bin ich? Äh, Nitro... Na, Richtung... Ja, Richtung Weckless, gut. Wolltest du gerade schon sagen, Richtung Nitro drum? Wollte ich gerade sagen. Um mich zu verarschen, aber du weißt ja, dass ich weiß, wie Weckless aussieht. Ja, aber es sah so aus, als ob du nach hinten zu drum fliegst, dann habe ich auf die Karte geguckt und was zu tun. Antonio, ich habe eine Waffe, ich habe sie auch ausgerüstet. Okay, damit schießt man. Ich war gerade kurz vor, womit man schießt. Antonio? Du warst jetzt unter Beweis geschehen, äh, ich habe es mit dem Bot zu gewinnen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ich habe es mit Mike gewonnen, also. Oh, ja, also... Wir können uns nicht verlieren. Ja, ich lauf gerade gegen die Wand. Ich komm. Leute, ihr seid so gut in der Community. Ich habe einfach heute schon 5 Abos durch euch bekommen. Nein! Antonio, die Treppe! Die, meine Pum! Ich habe mich nach hinten bewegt. Ja, ich habe mich nach hinten bewegt. Komm, komm! So! Ja, ich habe die Pum, Antonio! Ich habe eine Pum! Aber wie soll ich einen Gegner besiegen? Ich gefaite ihn! Näh! Okay. Na, was war? Antonio, du rebootest mich dann gleich. Ja. Hier sind doch Gegner gelandet, soweit ich weiß. Okay, ich hab noch keinen gesehen. Antonio, ich schaff das, Antonio. Schick einfach X zweimal. Ja, Antonio, ich bin verwirrt. Wo ist die Wand? Wie sollen wir denn in die Zone kommen, wie ich hier gerade spiele? Wasser, Eliano, komm hier hin. Ja. Nein, geradeaus. So. Jetzt geradeaus. Nein. Nein. Hier ist ein DMR. Kann ich, Bruder, ich könnte sie mitnehmen, aber ich hätte keinen Aim. Nein, geht das hin? Ja. Antonio, nein. Komm, nach da laufen muss ich. Jetzt nach hinten. Nein. Das war so knapp. Antonio, ich hab die Minus gesammelt. Okay, ich probier's auch mal mit. Ich probier's auch mal mit. Ich probier's auch mal mit. Ich brauche mal mit dem Fallscherum. Ich brauche mal mit dem Fallscherum. Das ist ein Gegner. Ey, lass mich sie fighten. Ich weiß noch nicht mal, wie ich sprinte. Hallo? Wo bin ich? Ich laufe mal gegen den Typen. Okay, das ist gut. Der hat das Ende. Ja. Warum hat mich gerade dieser Bot so krass gut gelasert? Antonia, ich laufe. Ich sprinte. Ich sprinte, wir haben nur die Fallscherum. Nein. Ich schaffe es nur nicht, noch nicht ganz geradeaus zu laufen. Egal. Den hab ich gesehen. Ich hab ihn probiert anzuschießen, aber ich hab nix getroffen. Gangbang. Schade, ich hab es nicht geschafft, dir zu helfen. Das ist nützlich. Oh, Leute, ich glaub, die Challenge ist irgendwie uninteressant für euch. Aber für mich ist hier richtig Abbruch. Kannst du mir mal den Mini zu mir werfen? Nein, ich brauch nur einen. Danke. Vielleicht hab ich jetzt Gutes mit der Harpune. Antonio. Leute, ich zeig euch jetzt mal, wenn ich baue, was das ist. So, Bau-Menü. Antonio, flex jetzt nicht. Du besser im Bau-Menü. No, Mann, dann gehst du ein dumm-Eitem. So, Treppe. Na, Wand. Sorry. Treppe. Treppe. Peggwaffe. Waffen sortieren. Ja, so ist, ah, okay. Antonio, wir müssen jetzt direkt in die nächste Zone. Die Rotation wird bruch. Nein, wir brauchen ein Auto. Ich hab auch, ich weiß nicht, es steht gut. Nein, ich zieh schon mal weiter vor. Okay. Ah! Ich bin runtergefallen. Ja, okay. Hier rüpfig. Hier sind Gegner. Schaffst du, oder? Ich komm. Geäbte, die am Auto. Da auskommt sie, die sind nicht. Aua. Aui, aui. Ich kann nichts tun. Die Challenge ist doof. Wenn du schaffst, mich zu V-booten, spiel ich wieder richtig. Ich bin hinter den Stein gekrabbelt. Antonio, wenn du es mich schaffst, gleich zu rebooten, dann spiel ich wieder. Ja, Mann, weil die nicht schlecht sind. Weil die schlecht sind und könnte schwer werden. Weil die nicht schlecht sind. Dann lasst ihr einfach abhauen. Lasst sie doch einfach gehen. Versteckte. Aber wir sollen sie gehen lassen. Die werden mich bis zum Leben. Versteckte. Oh, ja, wie passend. Wie passend. Wie passend, das auch jetzt kommt. Oh, mein Gott, wie passend. Danke. Ehren, Mann. Ich glaub, das Auto ist mal nicht. Ja. Super geholfen. Ich wollte gerade eine... So, Antonio, jetzt musst du wieder komisch spielen. Mir sieht man das aber nicht. Na und? Man sieht das an deinem Spielstil. Also hoffe ich. Boah, das ist so cool, die mal bessere zu sehen. Gerade irgendwie. Was? Es ist irgendwie gerade richtig schön, den zuzuschauen. Der Brodi, der Zahnarzt. Nee, Rundeknochen. Rundeknochen will deine Nummer. Walter Frosch will. Walter Frosch will deine Nummer. Nee, es heißt doch jetzt Walter Frosch. Nee, es ist halt doch jetzt Walter Frosch. Nee, es ist Walter Frosch. Walter Frosch. Aber liebsten sag ich, Walter Frosch. Walter Frosch will deine Nummer. Ja, okay, Walter Frosch. Du kannst doch mal ein Horrorspiel spielen, auf Engel zu können. Nein. Nein. Ich habe schon von dem Freund von gestern, der geschrieben hat, dass er tot ist, ähm, habe ich mit ihm ein Horrorspiel gespielt und äh, ich habe geschrien laut. Wer laut? Okay. Ähm, ist er wirklich tot? Weiß ich doch nicht. Die Kommentare wurden jedenfalls gelöscht. Also, dass er tot ist. Mama, kann ich gleich mal normales Sprudelwasser trinken? Was? Oh, das ist so. Oh, das ist so. Das ist so. Ich trauze und meine Möge. Und ich? Ich lauze, ich lauze. Ich braute es aber. Bei mir steht, suche nach Match. Mir auch. Da kommt Lobby. Ja, okay. Leute, ähm, heute gibt es kostenlose Lachen in diesem Shop. Machst du bereit? Ich bin bereit. Ja. Da musst du verkehrt herumspielen. Okay. Antonio, hallo? Ja. Du musst, äh, jetzt gleich, ähm, mit verkehrt herum den Controller spielen. Hm, ja. Ich seh das an deinen Spielstil. Und ich weiß, Antonio, du spielst grad nicht mehr verkehrt herum. Boah, natürlich. Boah, natürlich. Und Antonio, du kannst abbauen. Das kann auf jeden Fall. Ich bin nicht im Weg, aber ich will double-added. Punkt, oder China, double-added. Irgendwas. Du hast blöd jetzt. Ähm, hoffentlich werde ich... So, jetzt. Äh, äh, äh. Boah, ich bin grad ein bisschen gewöhnt, sogar verkehrt herum den Controller zu halten. Ähm, la freckles. Da ist das, okay? So. Äh, ja. Da ist das, okay? Es ist so... Nein? Und gerade? So. Äh, und Hunde, wo bist du? Ähm, war ich bei dir? Ich... Ich lande gleich schon. Äh, ich fliegst grad zu... Du fliegst grad zu... Du fliegst grad zu... Du fliegst grad zu Grand Asia, das weißt du. Ich bin auf dem Baum gelandet. Gut, dann spring der runter. Ich baue den gerade ab. Ah! Hast nicht mal Fallschang, äh, kriegt. Also, mal kann er ja nicht so hoch gewesen sein. Hm, blöd. Oh, direkt meine Lieblingswaffe. Richtig. Hier... Ich bin jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Die hier. Kann schon gut geradeaus laufen. Stark. Geradeaus laufen war noch ne Schwierigkeit bei mir. Irgendwo auch Schwierigkeit, aber hüpfen konnte ich ganz gut. Ich bin schon laut... Ich bin schon sprühen. Äh... Ah, falschen. Antonio, ich war grad so verwirrt, weil ich äh... auch das Gefühl habe, als wäre der Controller falsch herum. Das ist so... Nimmer die Waffe, die hat ja unendlich Schuss. Dann kannst du auch schießen. Ah! Kannst du die mir netterweise vorbeibringen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich da hinlaufen werden kann. Ich habe grad einen Gegner gehört, ich muss mich grad um den kümmern. Oder willst du sterben? Äh... Aber scheiße, dass ich sowieso sterben werde, wenn ich gegen den Gegner verhalten muss. Weil ich laufen... Ich muss nur von die Tür öffnen. Was ist das? Bruder, ich spiel sozusagen Solo. Ja. Oder mit Mike. Danke. Haben die Gegner gekillt? Hat ihn Gott gekillt? Haben sie eine halbe Minute gebrochen, um eine Kiste zu öffnen. Ich hab, äh... so zwei Minuten gebraucht, um die Kiste zu öffnen. Hrrrrrrrr... Hrrr-Schütter. Antoni, hast du schon ne Waffe? Wir haben ne Kiste drin. Stark. Hrrr-Schütter. Ja, ne Kiste drin. Ich hab ne blaue und ne grüne Waffe, grüne Pampo und blaue eher. Und ich fress mich grad durch ein Haus durch. Statt, ähm, hey. Antone, du sagst Bescheid, wenn ein Gegner bei dir ist, ich helfe dir dann schnell. Alles gut. Ich brauch drei Schusswaffe, wo ist die? Weiß ich nicht. Hilfe? Was ist? Ich komm von der Wand nicht weg. Soll ich dir die abbauen? Ne, hab ich schon ganz gut. Äh, jetzt. Ah, sieht aus. Ist hart, oder? Epic Games? Ne, wie? Epic Games will denn... Ne, wie hat das das denn? Antonio, und der Schwer ist? Ach, Rudor. Das ist so schwer wie... Ich weiß nicht, warum Mike so schlecht ist. Ich weiß auch jetzt, warum er so schlecht ist. Wenn man halt den, äh, Controller halt, äh, falsch herum hält. Na. Antonio, du machst das gut. Danke. Wo bist du? Hallo. Hi. Ich hab nicht mal... Ja. Also du kannst ja auch ohne die holen. Äh, kannst du mir diese Laser was fürbringen? Wo ist die? Die war hier in diesem Haus drin. Aha, hier sieht man. Ah, stimmt. Boah, ich kann sie kurz suchen. Ach, ich seh sie. Stamp, sie ND-Malzen. Antonio. Ich übel Mailmaschine. Boah, er lieg schon mal einen Controller. Manncha situations Obst, was du Muslim für Dachse anntauslen mein роль. braucht die leise waffe ist genau vor dir gut du hast dich schon weißt du bevor wo der Gegner ist? Antonio! Da! Ich hol den jetzt! Hör auf! Passt du Hilfe? Okay ich sag ich, ich gehe wie ein normales Geboot. Nein, als wenn du rebooted wurdest. Ich muss ja vor dir weglaufen. Ach, nein! Ich bin sehr gut! Du kommst hier nicht weg, Antonio! Ganz Spaß, Antonio, spiel nochmal! Danke! Ich kann nicht mal sehen, wo ich... Ich seh'n Gegner auf, ich guck auf'n Boden. Weil ich wurde hier auf den Bootsitz. Okay, warte jetzt, ich spiele auch so zu spielen. Ich weiß jetzt, warum Mike hat ein Bot ist. Ähm... Ich war auch im Bot, ich bin auch im Bot so. Ich hab'n... Gut. Du kannst auch gern weiter, äh, wie Mike spielen. Mir hat das nix aufzumachen. Ich wollte eh weiter Solo spielen. Gut. Ja, ich bin gut schon. Ich bin schon so. Spitzst du grad normal? Nein. Wir? Okay. Warte! Ich hol dir... ich such dir kurz Schild. Oh, Antonio, ich hab' für mich ne mythische Schest. Du? Vielleicht... Vielleicht ist der Blue-Shirt da auch für dich drinne. Oh Gott, ich kann springen, ey, wie auch... Oh mein Gott, Antonio, du bist der Heftigste. Ich schwör. Oh Gott. Nis bist du auch so madra. Nis bist du tini. Okay, ich glaub' ich kann das... So ist... Ey, komm her, komm her. Antonio, wo bist du? Ich sprinte gerade wie ein Weltmeister. Man... Antonio, ich geh' dir schnell mit meinem Lambo... Ah, doch nicht mit meinem Lambo... Mit meinem geilen Adidas-Auto. Ah... Iiiiie... Ist da ein Fail rausgekommen? Antonio, wollen wir mit der Young-Fighten gehen? Hinter uns. Hä? Lustig, Herr Wilhelm. Ich hab' Shield für dich. Ich hab' mir grad ne 3 Beacons gekauft. Wow, heftig. Sorry. Ihr guckt grad zu, ihr denkt ja auch nur, was so ein NPC... Was ist da für ne dumme Challenge? Aber das ist lustig. Macht das mal selbst mit euren Freunden. Ja, kann ich nur empfehlen. Ihr lasst den allen Freunden die ganze Zeit gefühlt verrecken. Und rebootet den immer nur schön. Ich brauch' den Bunker. Ne, ich brauch' den Bunker nicht. Ich muss gerade ausgucken. So. Antonio, du machst das schon sehr gut. Danke. Du kommst gerade aus. Das ist eine große Herausforderung für dich. Mhm. Ich hab' nen Loot-Rabons geholt. Gut. Okay, der ist ein Arsch weit weg. Warte, steig mal in der Karre ein. Ich schieße nicht. Ein Geschirc kannst du normal bedienen. Warum? Antonio, ab. Bei Falten gehen. Wir schaffen das. Antonio, da oben. Schieß! 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 Wo schießt du hin? Bruder, ich spieg' hier rum. Ich fahr' einfach neben den Typen, aber ich tippe ihn jetzt. Auch nicht. Also. 81er. Ist er white? Der falsche ist white, der eine. Bruder, ich steig' jetzt kurz aus. Antonio, bleiben sie drinnen. Ja, ich beschütze sie. Also, ich probier's. Ich mach' mit dem Auto drin und editier' rein. Zum Ausleihen muss er mal kurz zum Mal drinnen. Ich kann nicht ausleihen. Ich bin 20 auf dem Gegner. Antonio, alles gut, die haben sich verpisst. Alles gut, Antonio. Wo bist du? Antonio! Warte kurz, bleib' stehen. Ich hier lohnt. Ich hier lohnt. Bleib' stehen. Ja, wenn das mal so einfach wäre, das stimmt zu werden. Auf den Weg. Antonio! Ich hab' gesagt, auf den Weg. Nein, nein. Ich kann nur zielen. Was ist das? Äh. Ja, nein. Antonio, ohne! Antonio! Spiel normal gerne, wenn du willst. Oh, ist auch ins Zelle. Ja, bitte. Und schlägt halt schon. Okay, Antonio, wir sehen uns da nie wieder. wenn du in der Zone verreckst. Komm, auch zur Zone lauf her, es verneuert. Ich hab' langsam hier. Oh! Oh! Mies bist du! Mies bist du! Mies bist du! Alles gut, ich hab' eins. HALIGA! Ja! Kennst du noch Shadow? Ähm, nein. Hallo, Tobias! Ja? Wir machen grad ne YouTube-Challenge. Ähm, mein Kanal. Auf seinem Kanal, hier. Ja. Kannst du da mal checken? Kannst du da mal checken? Also ich. Okay. Österreich? Ja. Okay. Hast du YouTube? Äh, ja. Kannst du ihn abonnieren? Weil dann hab' ich meine 60 Abos. Ausnahmsweise. Danke. Danke. Wie heißt du? Einfach nur Elviano. Achso. Sorry. Alles gut. Aber Elviano, einfach nur. Ja. Mit Sobel-V. Ja. Gut. Antonio? Was machst du? Kommt nichts. Du musst, äh, du müsstest mir deinen Ad-Namen da oder sowas sagen, Ben. Irgendwie. 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 Also mit so einem Lama-Profil-Bild. Also der, äh, bei mir steht, ähm, das E-Groß, E-L-V-I-A-L-O, 149 Videos und 59 Abos. Oh! Oh Gott! 4-1-3. Guck! Guck! Äh, oh nicht, äh. Ich weiß. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bring's sorry wegen ihm, sorry im Hintergrund. Da ist gerade, äh, Klimaanlageanwalt immer jetzt mal was für 30 Grad. Ach, ist nicht schlimm. Antonio, willst du wieder den Zonenweg normal laufen? Ja, mach ich schon. Ich dachte schon, woher hast du plötzlich dieses gutes Aim? Und triff mit dieser Waffe auch noch den Kaktus. Hm. Ja, du kannst mir vielleicht ein bisschen helfen. Womit denn? Hm. Hm. So, ah. Einfach gerade aufgehen. Ich, ich lerne jetzt mal eben bei dieser Kiste. So. Hm. 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 Geil. Und jetzt bewegt dich dabei. Piu, 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 piu. Ich find dich nicht. Schade. Nur Marz. Ich würd sonst auch Ed Elviano heißen. Ed Elviano. Dann kommt bei mir nur jemand, der zwei Abonnenten hat. Oh, komisch. Ernst, ein Tutorial. Dann Metro-Drawing. Oder... Drawing halt. Dann Surf-Film. Und dann Wort-Out. Let's go put the Wort-Out. Oh, das Video ist irgendwie da. 30 Jahre alt. Boah. Das ist gefühlt ein 60-jähriger. Glaubst du nicht, dass du 60 bist? Ja, bin ich auch noch ganz nicht. Ach, weißt du. Wie alt bist du? Elf. Hm. Ich bin 39. What? Ja. Ey, von komisch, dass du mich eigentlich nicht findest. Ja, bei mir kommt dann irgendwie nur so. Na, weiß ich auch nicht. Das ist so ein Metall-Lama. Ja. Ich bin normal. geil. Karte. Hier aber auch nicht. Nimmizieren. Das ist aber zu mir stellen. Was ein... N Kiss. Nimm-Lvis-Kind. Nimm-Lis-Kind. Nimm-Lis-Kind. Kommt bei der irgendwie so ein Elfiano, dafür metall aber hat nein bei mir kommt dann zum thomas elvianus schwarz dann kommt noch ein inviano anbohren was was ich gucke sie wieder durch das ich kann jetzt gleich auch noch mal gott durchstabieren die zone wird mich glaube ich zerstören wie flittig war ja ok antonio direkt in die zone mit da aber auch nur mal spielen also nicht so wie mike amal dies sind fest ich habe es schon so wie man das man noch das mit geht das mit geht das geträtigt hat meine ich bin gerade gefühlt gerade du cash cup ich habe das nicht realisiert dass wir schon bettet wie konnte ich nachdem er ist bei mir auch noch groß ich glaube dass er und das ist groß und dann noch klein aber ich habe eine grauen Person gegen die Medaillenspieler gewonnen also ich frage mich wenn man zu mir kommt schade ich komme Lobby Leute da war ein interessantes Video H3 Ciao